Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von REaktuell. Wir beschäftigen uns heute mit dem Tabuthema sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Dazu haben wir für euch einen Vortrag im VZ Breitenwang besucht, den Roy Gerber gehalten hat. Und im Studio begrüßen wir heute Frau Magistra Astrid Lanzer, die ebenfalls mit uns über dieses Thema spricht. Bevor wir in das Thema einsteigen, gibt es für euch den Wochenblick.